Also, das ist ein Interview für die Studentenzeitung. Ich habe nur ein paar Fragen. Mr. Gray wird sie jetzt empfangen. Wie war er so? Er war... höflich, konzentriert, elegant, richtig einschüchternd. Haben Sie außer der Arbeit noch andere Interessen? Was ist mit Ihnen? Ich würde gerne mehr über Sie erfahren. Über mich gibt es nicht wirklich viel zu erfahren. Sehen Sie mich an. Das tue ich. Was macht Sie so erfolgreich? Ich behalte über alles die Kontrolle, Miss Deal. Kann ziemlich langweilig werden. Ich bin nicht fähig, dich zu verlassen. Dann tue es nicht. Ich hatte im Leben einen schweren Start. Halt dich von mir fern. Romantik liegt mir nicht. Mein Geschmack ist sehr speziell. Das würdest du nicht verstehen. Dann klär mich auf. Oh, no, no, no. Ich bin nicht... Erfahr CorporationsatinkularInnen...